Hallo liebe Freunde und herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Gang Beasts mit den Gang, die sitzen hier wieder an diese coolen Guys aus Los Angeles in unserem schönen Hotelzimmer. Wir nehmen mit dem Billo Fernseher auf und einem Billo Laptop und der liegt hier, also alles improvisiert, aber wir wollten euch gerne noch unter Spaces bieten, während wir jetzt in Costa Rica sind gerade. Und deswegen sind dabei der Flo als der kleine Sobeoman mit dem blauen kleinen Dress da, dann der Anton wie eh und je. Heute bin ich sehr schick, ja. Ja Melonen, gehst du auf Charlie Chaplin. Genau, der liegt da drin. Oh, deine Krawatte. Hat so viele Breakdance gemacht, ja. Hat er als Bandana benutzen wollen, hat aber nicht geklappt. Oben drauf natürlich unser Chicken-Mann, der Winner der letzten Folge, ja. Also bisher konnte ich nur eine Folge für mich entscheiden und dann der Benni hat richtig abgerockt. Ich lach euch aus hier. Oh, irgendwie. Los geht's. Boah, asozial. Wir leben diesmal, nee, wir haben 10 Leben diesmal. Ja, 10 Leben spielen wir diesmal, damit wir nicht die Karten immer neu starten müssen, weil das geht auch echt flott hier. Au. Ich komm mit rüber ins Getümmel. Boah, Alter. Der Sobero. Nein. Ich bin nicht machtlos. Oh no. Oh, ich auch, ich auch, ich auch. Oh mein Gott, oh geil. Schön. Knall die runter. Zack. Knall die runter. Nein, ich muss rauf fahren. Oh mein Gott. Tschüss, Walter. Nein, nix da. Nein, nix da, mein Kleiner. Antonius. Scheiße. Jetzt geht's ab hier. Nein, tschüss im Kopf. Nein, nein, ich bin zu jung. Bitte. Nein. Ich war gerade auf Spider-Man. Der hängt unten dran. Oh. Ja, erstes Leben geht an mich, wenn ich mal behaupte. Ja, noch. What does the fuck say? So, jetzt fahr dich einfach hier. Und jeder, der rüberkommen will, kriegt er auf die Nase. Der Fernandez hier. War jetzt voll gefährdigt, da rüber zu rennen. Traust dich nicht. Die Karte, im Gegensatz zu den Erinnern, bei den letzten, die in den letzten Folgen liefen. Chick hat das gesehen. Nein. Oh nein. Ja. Ja. Ich musste nix machen, Alter. Ja, und darauf bist du auch noch stolz. Easy way. Ja. Ja. Also ruhig, ihr Schweine. Echte Schlägerei. Super. Boah, ich war doch nicht immer bereit, du Arschloch. Und der Chicken-Wichser, ey. Okay, Anton. Brauchen wir rüber jetzt hier. Boah, jetzt ist voll warm im Zimmer, ey. So viele warme Brüder hier drauf. Und die sind beide bewusstlos. Ich bin rausgeflogen. Ach, gerade in dem Verkehrssound draußen. Ja, da ist nämlich so ein riesen Parkplatz in die Stirn. Ach so, du bist schon bewusstlos? Ihr habt das Hotelzimmer vielleicht gesehen in einer dieser Folgen bei einer der Vlogs, in dem wir mal mit spielen. Ich glaube, es ist Skaten am Strand von Venice Beach oder so. Schaut doch mal rein. Ansonsten legen wir mal weiter los. Groß. So. Ja, der Benni geht gleich rauf hier. Ja, der Benni, der ist richtig aggro. Mach ja den. Ich sehe das, wenn die... Nein, der muss da runter. Den kommt... Ich mag den Benni, aber lass den... Lass mich! Boah. Nix da, Anton. So, nicht mit mir, ja? Ja, klar mit dir. Komm. Nein, ey, du kannst dich nicht einfach von besteigen, ohne das zu fragen. Scheiße. So, Anton. Wenn ich draufgehe, freuen die sich alle. Man sieht unsere Gesichter zwar kaum, aber hey. Ich hab dann so Freer runtergeschaut. Ja, ohne den bin ich immer machtlos. Das ist mein Power-Up. Ach so, ich mach jetzt dein Ding kaputt. Nun bin ich rüber. Nein, nein. Oh, das dauert zu lang. Bis dann ist der wieder da. Da bin ich wieder. Oh, jetzt kaputt. Es wackelt! Es wackelt! Ich bin wieder bewusstlos. Oh mein Gott, jetzt hast du die Chance. Anton. Komm jetzt mit! Komm jetzt mit! Komm jetzt mit! Ohhhh! Ohhhh! Hans auch nicht. So lange lernt er das Spiel. Und wer sieht, was ist mit dem Chicken-Man los? Sechs Leben noch? Ja, ey. Was willst du denn plötzlich lose? Ihr geht immer alle nur noch auf mich? Ach klar, du Hühner. Nächster. Tschüss. Mach's gut, Bobby. Was war das denn? Ich den ausradiert. Warte! Na kommst du oder ich? Wer traut sich? Ich trau mich. Ey, ihr müsst beide. Boah! Boah! In der Mitte. Boah! Ja! Nein! Ja! Ja! Komm her! Ich hab mich gewehrt mit allen Mitteln. Am Boden schlägst du mich einfach. Am Boden! Was bist du denn für eine feige Ratte? Nein! Jetzt kommst du mit und tschüss! Nein! Nicht mit mir, Freunde! Oh nein! Oh Gott, was für ein Showdown hier! Ich pack mich ab Schwanz! Nein! Pack mich ab Schwanz! Nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Hat mich am Schwanz gepackt, der Kleine. Ich habe Schwanz gepackt. Okay, warte. Jetzt hör auf. Kannst du einen Siemer machen. Oh, alle vier auf einer. Alle vier auf einer. Oh, Massaker! Ich mach die Seine los. Ich hänge auf dem Hochhaus. Du hängst echt da. Das ist ja ganz mies. Nein! Wer hängt da an der Hand? Hey! Lass mich raus! Lass es sein. Ich bleib hier. Du hängst da mit dem Kopf auf nur. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Nur so mit dem Gesicht hängst du da. Wenn ich mich jetzt bewege, fall ich runter. Deswegen warte ich, bis einer von euch drauf geht. Sich selber. Wie lange bin ich denn bewusstlos? Ja, Chicken Man gegen Sovere Roman, wenn der Fuchs am Fenster hängt. Werf ihn runter! Oh Mann! Wie soll ich denn da hinkommen? Ja, wie soll ich denn zurückkommen? Du darfst dich gar nicht bewegen, sonst fehlst du wahrscheinlich. Ja. Ja. Ey, boah Anton! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Ja! 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 Hat das wieder drauf gemacht! Mega-Move! Und jetzt Christoph! Was für ein Lack, ey! Oh Scheiße! Da werde ich eigentlich den Win der Woche haben müssen. Oh nein! Das war so unverdient! War mal geil! Hätte ich gewartet, jetzt wirst du irgendwann angefangen. Wenn du mein Sovereiro wieder haben, kann ich den nehmen. Nein! Du nicht! Nein! Man! Da werde ich wüten! Da werde ich richtig besser auf! Guck mal, jetzt warte! Der ist im Rehre-Mann da drüben extra! Ja! So wie du vorhin! Ja! War ne gute Scheiße! Das hab ich mir gemerkt! Oh nein! Martin hilft meistens bei dir! Oh nein! Oh Gott! Das Hühnchen! Nein! Ich hab schon zwei erledigt hier! Ach du heiliger Bambino! Ich will das Brett entfernen! Wollen wir uns in der Mitte treffen? Da kann ich euch gleich einleeren lassen? Voll! Mach die Seile! Das ist ja ein clothin! Oh Gott! Bei vielen Partnersinen! Das macht mich ein kassler- Du solltest warte,都 solltest da warten, bis der Flo mit die Seile! Der Flo macht alles clever! Der daringzei zu auf! Der macht die Seile! Guck hier. Jetzt komm wieder hoch. Ich komm wieder hoch. Du musst mal die Hand wechseln und dann komm wieder hoch. Du kriegst den nicht mehr hoch, Anton. Doch, ich schaff das doch. Du kriegst den hoch? Nimm Viagra, Anton. Du schaffst es dann. Oh, der Flo. Warum ist der Flo so? Gut, auf einmal ist er los. Ich hatte nur zweimal Glück, dass ich alleine irgendwo... Alter, ich war noch nicht da. Rachezeit. Ihr nutzt immer die Gelegenheit. Du musst mich rächen, Wanne. Aua, aua, aua. Das geht an der Vergewaltigung. Nein, nicht mit mir. Ich halte mich fest daran, wo es geht. Was macht das Chicken da? Was macht das Chicken da? Ich war zu blicken. Nein, nein, nein. Nein, nein. Steh auf, steh auf. Wie der mich probiert, da runterzuhauen. Und selber der Kacke jetzt. Mistig. Mach das Döds an. Der fällt da runter. Ey, das fällt nicht ab. Der hält sich an mir fest. Nein! Ich hab die falsche Hand losgelassen. Ich bin nicht Idiot. Oh, Mann. Oh, der Sombrero, Mann. Liegt noch auf mir. Oh, Backe. Das kann ja alter werden. Oh, nein. Beide K.O. Boah. Nein, lass mich. Nein, nein. Bitte dich. Packen. 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 Und loslassen. Ey, das gibt's nicht. Nein. Nein. Ja, komm her Sombrero, Mann. Da kommen wir jetzt auf der Mitte. Ja. Oh. Ja. Das hat ja super geklappt. Boah, ist so warm drin. Ist echt krass warm hier. Ja, echt. Ich muss gleich mal kurz lüften. Ja, echt. Benni, du hast noch ein Leben. Ja. Seid froh, das klingt gut. Ich werde es melden. Nein. Das ist wirklich gut. Berufs-Hutub-Wer jetzt wie in so einer Handball. Oh. Oh. Die Handball-Unkleide. Oh, Mann. Oh, Sombrero, Mann. Ein Schlag. Hau den weg, hau den weg. Oh, ein Schlag. Mit einem Schlag hast du mich gerade kamen. Ja. Gut gemacht. Der führt. Der führt. Der führt. Der ist voll das Power-Up. Der Mann mit dem Sombrero ist der Führer. Wir müssen jetzt auf Sombrero. Der ist ein Leben mehr als wir beide waren. Oh, er hat ihn vergessen. Also wie schnell der einen da aggressiv wirklich wieder penetriert. Oh, 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 oh. Das macht der Flor immer bei seiner Freundin so. Oh, 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 oh. Liebe Grüße. Oh, 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 oh. Ich mach euch fertig jetzt. Nein, nein. Werft ihr dran. Vergiss es. Immer noch da. Nein. Rot. Auf Blau. Ja, du hast eigentlich recht, aber du standst mir irgendwie unnötig. Oh, nein. Ich hab ihn gefeiert. Oh, ich schlafe wieder runter. Nein, das finde ich nicht gut, Anton. Boah, Alter. Boah, Alter. Du brauchst nochmal rein. Boah, lass. Boah, nein. 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 Warte. Nein. Ich glaube an dich. Nein. Ich konnte nicht ausstehen. Ich war K.O. Das Game ist der Hammer einfach, ey. Wie gesagt, gibt's bei Steam? Ist immer noch eine Alpha. Ja, warum immer wir hier drinnen? Nein, das ist gut. Meine Krawatte. Nein. Diesmal komm ich nicht rüber. Doch. Ich bin gleich tot. Ich kann's nicht ändern. Ich muss... Er lässt dich sterben. Ich lass dich sterben, Mann, dort. Ich kann mich nicht rüber zugeben. Ja, das will ich sehen. Dann aufweich mich. Ich kann das auch. Ich kann das auch. Schade, es wär gut. Komm, das ist deine Chance, Fuchs. Er ist bewusstlos. Deine Chance. Schade, ich dachte, er bringt sich seltsam. Tsch, 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 tsch. Nein. Ja, wie geht der noch runter? So eine richtige Rückenmassage hab ich ihm noch gegeben. Spannende Runde. Der hat immer noch zwei Leben. Fuck, das schaff ich nicht. Doch, glaub an dich. Oh, one on one. One on one. Ah. Ja, ja. Bewusstlos. So packen. Nein. Ja. Ja, machst du den Movement. Ein richtiger Quick-Fast. Ey, wenn ich das jetzt gewinne noch. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's richtig spannend, Freunde. Komm schon. Oh. Okay. Oh. Wer traut sich? Wer traut sich? Ich glaube ich auch nicht. Es geht um den Sieg. Es geht um den Sieg. Oh, oh, oh. Oh nein. Ja. Hat er mich echt. Das ist die Chance. Gibt's nicht. Ja. Sieg. Gewonnen. 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 Tatsächlich noch mal ne Runde gewonnen. Sehr schön, liebe Freunde. So muss das laufen. Hat er richtig Spaß gemacht mal wieder. Was war mit dem Typen los heute? Ja. Weiß auch nicht. Hat er echt nicht so einen guten Tag. Nee, das war echt nicht Bennys Runde. Also ganz ehrlich. Aber. Aber die letzte war Bombastico. Die letzte war Bombastico. Ganz ehrlich. Hat richtig Spaß gemacht alles wieder. Und ich hoffe ihr seid auch in der nächsten Folge wieder dabei. Wenn es wieder heißt. Bier. 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 Tschüss. Tschüss. Schnell durchlüften. Boah, stinkt das hier. Tschüss. Tschüss.